Wo solltet ihr mich hinsetzen? Wir gehen jetzt auf die Bühne. Das ist wieder live hier auf Rokiturk und ich freue mich, dass Sie willkommen sind. Da geht es um die Friedenspolitik heute, richtig? Ja. Und es ist schon einiges Jahr klar. Wir haben heute circa 30 Verbrennungen in den letzten drei Tagen wieder auf der Bühne gehabt. So. Für Leo Gabriel, der ja in Mexiko ist. Ja, der Leo Gabriel ist ja kurzfristig nach Mexiko geflogen. Der hat auch schon vor ein paar Tagen, hat der mir da Bescheid gegeben, am Freitag schon. Und hat uns auch viel Glück gewünscht. Und vor allem, dass es ein wichtiges Thema ist, das ja, was wir ansprechen wollten. Und ich finde es unheimlich gut, Herr Fiedler, dass Sie sagen, ich komme jetzt, Herr Siedler. So, oder? Sieder. 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 Herr Sieder. Sieder. Sieder, Frank. Der Franz Sieder, genau. Und ich finde es gut, dass Sie da den Leo vertreten. Ja, mein Thema ist Friedenspolitik und Zivilgesellschaft. Ich möchte mich zuerst vorstellen, wer ich bin. Ich bin katholischer Priester und bin als solcher in der Friedensarbeit sehr engagiert. Ich war geistlich Assistent der Pax Christi Bewegung von Österreich und auch Vorsitzender der Christen für die Friedensbewegung in Wien. Und beschäftige mich mit Friedenspolitik sehr viel. Und so möchte ich versuchen, jetzt zu dieser Thematik Ihnen ein Referat zu halten. Zuerst gehe ich auf die Frage ein, was ich unter Frieden überhaupt verstehe. Frieden ist mehr als Nichtkrieg. Und meine Definition von Frieden ist, Friede ist die fortschreitende Realisierung der demokratischen und sozialen Grundrechte aller Menschen. Ich glaube auch, dass es weltgeschichtlich eine positive Entwicklung im Hinblick auf Friede auch gegeben hat und gibt. Es gibt zum Beispiel weltweit fast keine Angriffskriege mehr oder zumindest werden die Angriffskriege weltweit geächtet. Ein Napoleon, der fast ausschließlich Angriffskriege gemacht hat, wurde noch wegen dieser seiner Angriffskriege glorifiziert. Diese Zeit ist heute vorbei. Positiv empfinde ich auch die fortschreitende Demokratisierung der Welt. Es hat zum Beispiel noch keine Kriege gegeben zwischen zwei Demokratien. Eine These von mir ist auch, dass es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit gibt. Gerechtigkeit und Friede küssen sich, heißt es in der Bibel. Wir gebrauchen oft sehr leichtfertig das Wort Gerechtigkeit. Aber was verstehe ich unter Gerechtigkeit? Barmherzigkeit ist uns etwas sehr Normales. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist letztlich eine Heuchelei. Ich versuche die Gerechtigkeit zu verdeutlichen durch ein Gleichnis aus der Bibel, das vielen bekannt ist. Das ist das Gleichnis von Barmherzigen Samariter. Jesus berichtet da, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho unterwegs war und unter die Räuber gefallen ist und ausgeplündet und verwundet wurde. Und dann sind zwei Leute, ein Priester, ein Levit vorbeigegangen, die einfach an ihm vorübergegangen sind und der Samariter hat ihm geholfen. Und da wird dargestellt, was Barmherzigkeit, was Nächstenliebe im christlichen Sinn ist. Aber das ist noch nicht Gerechtigkeit im Hinblick auf dieses Gleichnis, diese Gerechtigkeit, sich einzusetzen, dass es keine Räuber mehr gibt. Gerechtigkeit heißt Räuberbekämpfung. Und der Haupträuber in unserer heutigen Gesellschaft ist das kapitalistische Wirtschaftssystem. Und da gibt es eine ungeheure Ungerechtigkeit. Der frühere amerikanische Präsident Obama hat vor der UNO gesagt, ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt genauso viel wie die 99 Prozent anderen. Und das ist ein ungeheurer Skandal oder aus einer Oxfam-Studie wissen wir, dass die acht reichsten Milliardäre der Welt genauso viel besitzen wie die untere Hälfte der Menschheit, wie dreieinhalb Milliarden Menschen. Ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, wenn es um Frieden, um Gerechtigkeit geht, das neoliberale Wirtschaftssystem zu demaskieren. Ich möchte das wieder versuchen, auch als Theologe, als katholischer Priester, von der Bibel her. Da gibt es einen Satz im Evangelium, in dem Paulusbriefen, im Hohen Lied der Liebe und dieser Satz heißt, wenn du alles, was du besitzt, den Armen austeilen würdest, hättest aber die Liebe nicht, dann wäre alles umsonst. Übersetzt heißt das, wenn ich für die Armen etwas tue, dann ist das doch Liebe. Paulus sagt, nein, das muss noch keine Liebe sein. Dieses Hättest du aber die Liebe nicht heißt, geht es dir in deiner Grundintention, in deiner innersten, ehrlichen Absicht, nicht wirklich um den Menschen, nicht wirklich um den anderen, dann hat das mit Liebe nichts zu tun. Und in dieser Dimension müssen wir auch unsere Gesellschaft, müssen wir auch die Parteien gleichsam demaskieren. Geht es ihnen ehrlich und aufrichtig um den Menschen oder geht es ihnen um die Profitmaximierung? Die Zivilgesellschaft ist zum Großteil heute unpolitisch. Ich möchte dazu sagen, dass zum Beispiel bei uns in Amstetten, ich war mit einigen Professoren von Mittelschulen beisammen und da haben wir miteinander gesprochen, wie politisch die Schüler von 15 bis 18 Jahren sind. Und sie waren einhellig der Meinung, dass 90% der Schüler zwischen 15 und 18 Jahren politische Analphabeten sind. Und das ist eigentlich etwas sehr Trauriges in unserer Gesellschaft. Ich habe vor kurzem ein Referat gehört von einem Dr. Rauscher, der ist ein Pädagoge, Rektor einer pädagogischen Akademie und der hat den Satz gesagt, das Ziel jeglicher Erziehung ist der Gehorsam. Ich habe mich dann in der Diskussion gemeldet und ich habe ihm gesagt, Herr Dr. Rauscher, ich kann dieser Aussage in keiner Weise beipflichten, dass das Ziel jeglicher Erziehung der Gehorsam ist und ich habe ihm gesagt, ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen und zwar von Hannah Arendt, die ein Buch geschrieben hat über den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und da schreibt sie, dass der Eichmann bei diesem Prozess immer gesagt hat, dass er unschuldig ist. Und da wurde er gefragt vom Richter, ob er sich in seinem Leben jemals schuldig gefühlt hat. Und da hat Eichmann geantwortet, es fallen ihm nur zwei Dinge ein, wo er sich schuldig gefühlt hat. Das eine war, dass er als Kind die Schule geschwänzt hat und das zweite war, dass er trotz Aufforderung bei einem Bombenangriff nicht in den Luftschutzbunker gegangen ist. Und er sagt und schreibt dann die Hannah Arendt uns wieder diese Gestalt eines Eichmann an, der von sich behauptet, dass er unschuldig ist. Aber wenn es ihm nur darum geht, dass wir die Nase sauber halten, dass wir gehorsam sind und das tun, was uns andere anschaffen, dann können wir alle eines Tages zu Massenmördern werden. Ich habe das diesem Herrn Dr. Rauscher dann in der Diskussion gesagt, aber er ist von seiner These nicht heruntergestiegen. Ich möchte hier auch sagen, dass eine große Gefahr besteht in der Zivilgesellschaft, dass die Demokratie ausgehöhlt wird. Zum Beispiel sagt der Sozialphilosoph Oskar Neigt, wer die Gewerkschaften abschaffen möchte, der legt die Hand an die Wurzeln der Demokratie. Gerechtigkeit muss immer erkämpft werden und Demokratie muss gelernt werden. Ein Frieden auf die Dauer kann nur durch die Zivilgesellschaft herbeigeführt werden. Positive Veränderungen im Hinblick auf mehr Gerechtigkeit, die sind immer von unten gekommen. Sie wurden niemals von oben geschenkt. Ich bin Arbeiter, Betriebsseelsorger und ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Unternehmer. Und ich habe diesen Unternehmer gefragt, geben Sie mir Recht in der Behauptung, dass das, was die Arbeiter heute an sozialen Errungenschaften haben, dass Ihnen das niemals von oben geschenkt wurde, sondern dass Sie sich das alles im gewerkschaftlichen Kampf erkämpft haben. Und da hat mir der Unternehmer gesagt, ja, da muss ich Ihnen Recht geben. Es gibt auch viele Beispiele von Veränderungen, die unblutig vor sich gegangen sind. Auch die Gewerkschaft kämpft durch Streiks und versucht Veränderungen nicht blutig herbeizuführen. Wenn wir weltweit in dieser Richtung nachdenken, ob es da Beispiele gibt, da fällt mir Martin Luther King ein, wie er gewaltlos gegen die Rassendiskriminierung in Amerika gekämpft hat. Es muss eine Bereitschaft auch in der Zivilgesellschaft geschaffen werden zum zivilen Ungehorsam. Ich glaube, dass sich junge Menschen auch nicht auf die Dauer gefallen lassen werden, dass zum Beispiel, wie es in Spanien ist, fast die Hälfte aller Jugendlichen bis zu 26 Jahren arbeitslos ist. Da wird auch in der Zivilgesellschaft ein Protest entstehen, eine revolutionäre Masse entstehen. Das ist auch sicher den Reichen bewusst und darum sagt der Sozialphilosoph Adam Schaaf, dass auch die Reichen und Mächtigen ein Interesse einmal haben werden, dass das Grundeinkommen, Einkommen ohne Arbeit, dass das einmal kommen wird und zwar deswegen, weil sie damit die große Masse ruhig stellen können. Das ist das, was zum Beispiel im alten Rom es gegeben hat, dieses Panemäzerzenses. Geben wir dem Pöbel der Masse Brot und Spiele, dann sind sie ruhig, dann brauchen wir keinen Aufstand zu fürchten. Der Kampf gegen den Kapitalismus wird sich aber nicht nur innerhalb der Länder abspielen, er wird auch international und er wird weltweit werden. Wir leben alle heute in der Globalisierung und der Kapitalismus. Das neoliberale Wirtschaftssystem ist in seinen Strukturen auf der ganzen Welt heute praktisch verankert und funktioniert auch und wir müssen eigentlich, wenn wir im Hinblick auf mehr Gerechtigkeit unsere Gesellschaft verändern wollen, müssen wir auch bereit sein, in die Speichen des Rates des Kapitalismus einzugreifen und eine andere Welt zu bauen. Ich möchte Ihnen vielleicht dazu, wie das verwirklicht werden kann heute, auch global gesehen, einige Thesen von Alfred Gusenbauer, dem früheren Bundeskanzler von Österreich, wiedergeben, der zum Thema gesprochen hat, die Welt kann nicht so bleiben, wie sie ist. Überlegungen zur notwendigen Neuorientierung in Ökonomie, Politik und Gesellschaft. Und der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sagt da folgendes. Jede Wirtschaftspolitik, die nicht die aktuellen Ungleichverhältnisse angeht, ist letztlich zum Scheitern verurteilt. Das Geld ist heute nicht dort, wo man es braucht, sondern es ist dort, wo es sich am schnellsten dreht. Es ist dies ein in sich abgeschlossener Kreis. Wirtschaftspolitik muss vorrangig Umverteilungspolitik sein, sonst muss sie scheitern. In der Geschichte sind die Krisen immer gelöst worden, entweder durch eine intensive Währungsreform oder durch Krieg und durch Revolution. Momentan haben wir eigentlich einen globalen Krieg. Der Krieg findet zwar in Syrien statt, aber auch wir sind durch die Flüchtlingsbewegungen in diesen Krieg mit hineingezogen. Es ist auch für sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge legitim zu fliehen, wenn sie zu Hause keinen Existenzgrund mehr haben. Auch die ökologischen Gründe führen zur Flucht. In Bangladesch und in Neuguinea sind durch das Ansteigen des Meereswasserspiegels schon einige bewohnte Atolle verschwunden. Und die Menschen müssen dann fliehen. Die permanente Umweltzerstörung ist eine völlig neue Situation für die Menschheit. Wir in Europa sind in einer ähnlichen Situation wie die Menschen vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt aber doch zwei wesentliche Unterschiede zur Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Der erste Unterschied ist, dass die Angst vor einem Weltkrieg viel größer ist, weil heute ein Weltkrieg durch die Atomwaffen unabsehbare Folgen hätte und sogar das Ende der Menschheit herbeiführen könnte. Und der zweite Unterschied ist, dass die Menschheit in den letzten 100 Jahren schon einiges dazugelernt hat. Man ist heute mehr bemüht, im Dialog Konflikte zu lösen und die fortschreitende Demokratisierung unserer Welt gibt uns auch eine Hoffnung, dass es nicht so leicht zu einem neuen Weltkrieg kommen wird. Es gibt in allen Ländern der Welt Untersuchungen und Befragungen über den Zukunftsoptimismus der Menschen. Und den meisten Zukunftsoptimismus nach diesen Untersuchungen haben die Menschen in Kanada. In fast allen anderen Ländern überwiegt bei Weitem der Zukunfts Pessimismus und das führt bei den meisten Menschen zu einer kleinbürgerlichen Verzagtheit. Es kommt auch immer mehr zu einer Polarisierung der Links- und Rechtsextremisten. Die Ängste verstärken diese Polarisierung. Ein einfaches Rezept für einen Ausweg gibt es hier nicht. Es gibt aber einige Grundsätze, die unbedingt beachtet werden müssen. Erster Grundsatz, wir brauchen eine gerechte Verteilung auf nationaler, auf europäischer und auf Weltebene. Es darf nicht sein, dass die Einkommen höher besteuert werden als die Kapitalvermögen. Zweitens, Europa muss autonomer seine eigenen Interessen formulieren und darf keiner Bindigs der USA sein. Europa wird zu stark von den Vereinigten Staaten dirigiert und hat eigentlich ein sehr schwaches Selbstbewusstsein. Mit den Russland-Sanktionen schädigt sich Europa selbst. Es ist auch eine spezielle Aufgabe von Europa, die Demokratie und die Menschenrechte zu verteidigen. Wir sollen aber hier nicht erwarten, dass überall auf der Welt Demokratie nach unserem Muster installiert wird. Die Demokratie der Länder muss von innen kommen und darf ihnen nicht von außen verordnet und aufgestülpt werden. Unsere Einforderungen von Demokratie und Menschenrechten sind oft auch etwas trügerisch. In China gibt es keine Demokratie und die Menschenrechte werden dort schwer verletzt. Die Menschenrechtsverletzungen in China werden aber oft sehr schaumgebremst, von uns angesprochen, weil China mächtig ist und weil wir mit China gute Geschäfte machen möchten. Ganz wichtig ist auf jeden Fall auch, dass wir ein eigenständiges Europa werden. Ein großes Problem hat Alfred Gusenbauer auch noch angesprochen, und zwar die Boulevardisierung unserer Gesellschaft. Das führt oft auch zu einer Verblödung der Gesellschaft. Er spricht an die Boulevardisierung der Menschen und auch die Boulevardisierung der Politiker. Es braucht dringend eine Konversation in unserer Gesellschaft. Es muss vor allem über das permanente Ansteigen des Reichtums geredet werden. Und es muss ein kritisches Bewusstsein entstehen. Wir sollen auch offen darüber diskutieren, welche Gefahren auf dem Weg lauern. Wir sollen aber nicht nur im Pessimismus verharren. Wir brauchen auch den Glauben an die Zukunft. Eine große Aufgabe haben wir heute ganz besonders bei der Jugend. Die Jugend ist heute relativ wenig präsent in der Politik. Sie ist wenig präsent in der Gewerkschaft. Und sie ist auch wenig präsent in der Kirche. Ich habe vor kurzem mit einer kleinen Gruppe gesprochen, warum die Jugendlichen im politischen, auch im kirchlichen Bereich eher passiv sind und gar nicht anwesend sind. Und da haben einige gemeint, der Hauptgrund liegt darin, dass wir den Jugendlichen keine Möglichkeiten zum Engagement geben. Und dass sie deswegen resignieren. Wir sollten ihnen viel mehr Möglichkeiten geben, mitzugestalten an unserer Gesellschaft. Und dass es zu wenig ist, dass junge Leute einfach auch nur anwesend sind. Wir haben einmal mit einer Friedensgruppe, mit einer Pax Christi Gruppe in Amstetten gearbeitet. Und da haben wir besonders mit den höheren Schulen zusammengearbeitet. Und wir haben sie selbst gestalten lassen. Wir haben zum Beispiel Amstetten gesehen, dass dort sehr intensive Ausländerfeindlichkeit da ist. Dass viele alte Nazi es dort noch gibt. Und da haben wir folgende Aktion gemacht. Wir sind in die Schulen gegangen und haben da mit den Religionslehrern, Geschichtslehrern, Deutschlehrern zusammengearbeitet. Und wir haben am Stetten ein ganzes Jahr zuplakatiert. Mit Plakataten, die in dieser Thematik gegen den Rassismus, gegen die Ausländerfeindlichkeit sind. Und diese Plakate haben die Jugendlichen selbst gestaltet. Wir haben dann auch von einigen Institutionen Geld bekommen, damit wir diese Plakate drucken können. Und wir haben tatsächlich mit hunderten von Plakaten jedes Monat neu gleichsam am Stetten zuplakatiert. Und das hat eigentlich einen großen Wiederhall gegeben. So sind natürlich auch die Jugendlichen beim Plakatieren oft sehr, sehr angefeindet worden. Und ein Jahr später haben dieselben Jugendlichen dann auch sich wieder selbst engagiert. Und sie haben ein Jahr lang 70 Ausländerinnen und Ausländer jede Woche zwei Stunden Deutschunterricht gegeben. Und ich denke, dass wir hier, damit wir mehr politisches Bewusstsein haben, dass die Jugendlichen, dass wir sie ins Boot hereinholen, dass wir sie selbst gestalten lassen müssen. In den Schulen zum Beispiel gibt es bei uns in Österreich auch das Fach politische Bildung. Und bei diesem Fach politische Bildung ist es aber verboten, dass die Lehrer, die dieses Fach unterrichten, auch kritisch etwas sagen bezüglich der aktuellen Politik. Sie dürfen zum Beispiel nicht sagen, dass die Freiheitliche Partei extrem ausländerfeindlich agiert und Ausländerhetze betreibt, dann werden sie sofort beim Landesschulrat angezeigt. Und ich denke, dass man so, wo ich über die aktuellen Dinge gar nicht reden darf, keine wirkliche politische Bildung machen kann. Wir brauchen aber nicht nur die Bewusstseinsbildung bei den Jugendlichen, sondern besonders auch bei den Erwachsenen. Und bei den Erwachsenen geht die Bewusstseinsbildung sehr stark über die Medien, über Radio, über Fernsehen, über die Zeitungen. Ich glaube, ein kritisches Bewusstsein wird nicht geschaffen, zum Beispiel durch unsere Gratiszeitungen, auch nicht durch die Zeitungen, wo Raiffeisen die Linie vorgibt. Ich spreche wieder von Alfred Gusenbauer, der mir einmal gesagt hat, in Österreich gibt es nur eine einzige anständige Zeitung und das ist der Falter. Im Radio glaube ich, dass Ö1 schon ein kritisches Bewusstsein schafft, obwohl es da auch Zensuren gibt. Ich bin selbst einmal, wo ich gesprochen habe, eine Predigt gehalten habe, in Ö1 bin ich zensuriert worden. Ich möchte jetzt eher zum Schluss langsam kommen und ich möchte einige Sätze wiedergeben, auch bezüglich Demokratisierung oder Gefahr für die Demokratie in unserer heutigen Gesellschaft, und zwar von Professor Oskar Neekt. Er ist Sozialphilosoph in Deutschland. Er sagt folgendes, die Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, die auch gelernt werden muss. Die Demokratie braucht auch Menschen, die gebildet werden. Die Mitbestimmung kann man nicht abschaffen, aber die Mitbestimmung wird oft auch unterlaufen. Und wir befinden uns heute in einer kulturellen Erosionskrise. Alte Werte schwinden und neue Werte sind noch nicht da. Dürkheim bezeichnet dieses Zwischenstadium als ein moralisches Vakuum, in dem wir uns befinden. Man will Bindungen zerstören. Eine bindungslose Gesellschaft ist aber viel gewaltanfälliger. Es besteht eine Mentalität, in der Menschen aufgefordert werden, sich nicht zu verwurzeln. Eine Demokratie ist immer mit dem Lernen und mit der Mitbestimmung verknüpft. Für die Gesamtgesellschaft ist nichts teurer als Menschen, die an die Demokratie nicht mehr glauben. Und ich habe das schon gesagt, diesen Satz von Oskar Neckt, wer die Gewerkschaft abschaffen möchte, der legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie. Die Menschen müssen auch von ihren Existenzängsten befreit werden. Die sogenannten Polisbürger bei Plato sind Menschen, die auf das Gemeinwesen hin ausgerichtet sind und die für die Gemeinschaft etwas investieren möchten. Der Gegensatz zum Polisbürger ist der Idiotos, eigentlich der Idiot bei Plato. Und das ist der, dem es nur um sich selbst geht und dem das Gemeinwesen eigentlich wurscht ist und ihn nicht kümmert. Heute erleben wir eine Tendenz zu den Idiotes. Sie nehmen zu, der Individualismus und die Abnahme der Solidarität. Das bestätigt auch jeder Gewerkschafter, dass in der Arbeitswelt die Solidarität immer mehr schwindet und der Individualismus zunimmt. Im demokratischen Potenzial entsteht eine Gegenkraft gegen die Polarisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es gibt die Polarisierung nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen Privilegierten und Unterprivilegierten und das ist eine Fehlentwicklung. Der Trend geht in der Schulbildung auch dahin, Eliten zu bilden. Und das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Wir bilden damit bewusst elitäre Schichten. Und wir sind auch in unserer Leistungsgesellschaft an einer Grenze angelangt. Bei vielen geht die Energie schon nach innen und das führt letztlich zur Verzweiflung. Wir nennen das auch Selbstausbeutung. Das nach innen gehen der Leistungsansprüche führt letztlich zu Depressionen. Und die Gewerkschaften müssen viel stärker auch ihre Empörung artikulieren. Es bedarf auch dringend einer Moralisierung, die hervorhebt, dass jeder Mensch eine Würde hat. Die Würde ist eigentlich das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Es ist nicht vorrangig der Verstand und die Autonomiefähigkeit. Und der Angst, Rohstoff wächst, da sind immer Menschen da, die diesen Stoff auch bearbeiten. Und bearbeitet wird er heute besonders von der politischen Rechten. Es gibt eine Abkoppelung von der Gesellschaft auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die Abkoppelung des Finanzkapitals. Das Finanzkapital koppelt sich von der Produktion ab. Weltweit gehen nur 3% des kursierenden Finanzkapitals in die Produktion zurück. Der gesellschaftliche Reichtum ist der Gesellschaft enteignet. Geld produziert Geld und das ist eine fatale Entwicklung. Man kann diesen Prozess aber momentan nicht rückgängig machen durch Entstatelung. Die zweite Ebene der Abkoppelung von der Gesellschaft ist die Bindungslosigkeit, der Individualismus und die Zerstörung von Legalitäten. Wir können die Bevölkerung in drei Drittel aufteilen. Ein Drittel der Bevölkerung sind die Etablierten. Das zweite Drittel lebt in prekären Lebensverhältnissen. Und das dritte Drittel, das sind die Überflüssigen. Sie werden für die Produktion nicht mehr gebraucht. Sie werden vielleicht eher noch für Pflege gebraucht. Und bei diesem Drittel versucht man heute am stärksten zu sparen. Wir müssen bei den Menschen wieder eine Neugierde für die Welt wecken. Die Welt ist in vieler Hinsicht heute in Unordnung geraten. Es gibt eine Zerstörung des Gemeinwesendenkens. Wir sind nur bestrebt, leistungsbewusste Mitläufer zu produzieren. Schumpeter sagt, der Mensch als Unternehmer, er wird von der Ich-AG, spricht Schumpeter. Und die Schüler, sagt er, sind keine Kunden und die Lehrer sind keine Unternehmer. Und dasselbe sollte auch für die Betriebe und für alle anderen Institutionen gelten. Wir brauchen eine Veränderung der bestehenden Strukturen. Wir brauchen nicht nur auf staatlicher Ebene mehr Demokratie, sondern auch mehr Demokratie in den Betrieben, in den Schulen, in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft. Ich möchte vielleicht jetzt zum Schluss nochmals hinweisen auf die Gerechtigkeit, weil es ohne Gerechtigkeit letztlich keinen Frieden gibt. Gerechtigkeit wird verwirklicht in den Strukturen. Und wenn wir ehrlich nach Gerechtigkeit streben, dann müssen wir an den Strukturen rütteln, zugunsten der Menschen und diese verändern. Wenn die Strukturen ungerecht sind, dann müssen diese Strukturen verändert werden. Es müssen die Räuber bekämpft werden und nicht nur die Wunden der von Räubern Wundgeschlagenen verbunden werden. Die Kirche war immer stark in der Barmherzigkeit und in der Caritas. Aber sie war schwach in der Gerechtigkeit. Und ohne Einsatz für die Gerechtigkeit kann keine gesunde, keine gerechte Welt errichtet werden. Ohne Einsatz für Gerechtigkeit wird es auch keinen dauerhaften Frieden auf der Welt geben. Eine große Gefahr für den Frieden sehe ich auch darin, dass die Länder in eine bewusste Schuldenabhängigkeit gebracht werden. Und dadurch werden sie selbst handlungsunfähig. Die Politik wird ihnen von den Geldverleihern, wie die Weltbank und die Internationale Währungsfonds, auch der EZB, wird ihnen aufgezwungen. Der Kapitalismus wird leider nicht so schnell zusammenbrechen, weil er sehr anpassungsfähig ist. Wir müssen aber dem Rat des Kapitalismus in die Speichen greifen. Und ich möchte dazu drei Forderungen nennen, die sehr wichtig sind. Erstens ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zweitens eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Und drittens eine Vermögensbegrenzung und eine Vermögensbesteuerung. Es lohnt sich nachzudenken, wie der Kapitalismus gezähmt werden kann. Ich persönlich möchte den Kapitalismus nicht nur zähmen, sondern ich möchte ihn vernichten. Es muss uns bewusst sein, dass es strukturelle Verhältnisse gibt, die zur Armut führen. Und diese Strukturen müssen verändert werden. Durch das bedingungslose Grundeinkommen würde auch der Verkauf der wahre Arbeitskraft relativiert. Es gibt uns die Würde des Neinsagens zurück. Wir können durch das Grundeinkommen ein Mehr an individueller Würde erreichen. Ich möchte auch noch sagen, dass unsere europäische Krise auch eine Krise der neoliberalen Idee ist. Und sie kann deshalb auch nicht mit der neoliberalen Idee gelöst werden. Es muss jedenfalls ein neues, ein demokratisches Europa entstehen. Neben der Verringerung des Militärs sollten auch Friedenskräfte ausgebildet werden, die in Konfliktsituationen vermitteln können. Wir brauchen auch ein massenhaftes Training in gewaltfreier Aktion. Mit dem gewaltfreien Bemühen müsste auch sofort der Waffenhandel unterbunden werden. Die gewaltfreie Aktion ist mehr als Aufstand und als Widerstand. Sie schließt den Hass aus. Sie hat Respekt vor dem Gegner und sie hat auch eine Empathie für den Gegner. Der deutsche Theologe Johann Baptist Metz, der auch Begründer der politischen Theologie ist, sagt, auf wirklicher Friede ist es dann möglich, wenn die Menschen nicht nur eine Sensibilität haben für die Leiden des eigenen Volkes, sondern auch für die Leiden des Feindes. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, die Probleme mit der Friedenslogik anzugehen. Es dominiert zu sehr das Sicherheitsdenken. Wir brauchen auch in den Medien einen Friedensjournalismus. Man hat mal ganz gesagt, die Veränderung, die du möchtest, die musst du selbst sein. Was ich am Schluss noch sagen möchte, ist, dass die Menschen eine Weltverantwortung entwickeln müssen. Es gibt nichts auf der Welt, das uns nichts angeht. Und ich schließe mit einem Zitat von John F. Kennedy. Nur miteinander können wir die Welt retten oder miteinander werden wir in den Flammen ihres Brandes untergehen. Aber retten können wir sie und retten müssen wir sie. Und damit werden wir uns den ewigen Dank der Menschheit verdienen und als Friedensstifter den ewigen Segen Gottes. Danke, Franz Siedler. Danke, danke. Viele Worte zum Nachdenken, viele Worte, so wahrhaftige Worte. Wo steht die Welt 2017? Wo geht's denn? Meine Frage direkt. Sie haben sich so vorbereitet, lassen Sie sich Zeit. So, wir müssen eine Pause machen. Und, äh? Ja? Und die Welt 2017, wir haben ja gleich noch ein Podium, auch noch. Das, wenn Sie noch kurz Zeit haben, freuen wir uns auch noch, dass Sie dabei sind. Die Welt 2017, Sie haben so viele wahre Dinge angesprochen. Die Erkenntnis ist ja schon eigentlich da. Die Abhängigkeit haben Sie angesprochen von den Finanzen vor allem. Die Besteuerung des Kapitales. Was machen wir? Wir haben so viele Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Leben umgehen können. Sie sind abhängig vom Geld und es fehlt. Und auf der anderen Seite die Sache mit dem Geld. Zinseszins und Zinseszins. Das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Lösungen gibt es eigentlich Ommas. Verantwortung der Politik. Sie als, äh, sag ich mal, Pfarrer, haben hier heute die Kirche, meines Erachtens, sehr gut präsentiert. Und so viel Wahrheitenbewusstsein ist da drin, die eigentlich in der Gesellschaft, den Jugendlichen, eine Chance, die Potenziale, die Angst muss abgenommen werden. Und deswegen frage ich, wo geht es hin? Ich meine, Kriege haben wir gehabt und wir wollen keine haben. Das ist nicht die Lösung. Wo es hingeht, ich glaube, dass die Veränderung letztlich nur von unten kommen kann. Was für mich ein großes Zeichen der Hoffnung ist, auch als katholischer Priester, ist der jetzige Papst Franziskus, der die Wirklichkeit der Welt sehr klar anspricht und der eine klare Option für die Armen, für die Schwachen der Gesellschaft hat, der auch den Mut hat zu sagen, dass diese Wirtschaft tötet und dass Millionen von Menschen auf den Schlachtfeldern des Kapitalismus an Hunger sterben. Und es kann diese Wahrheiten eigentlich niemand widerlegen. Für mich ist es sehr traurig, einerseits in der Kirche, dass die Botschaft vom Papst Franziskus auch im kirchlichen Bereich zum Großteil verebbt, dass sie von den Bischöfen nicht wirklich weitergetragen, weitertransportiert wird. Ich glaube, dass ein Grund darin liegt, dass auch die Gehirne der Menschen kapitalistisch verseucht sind. Und dass viele glauben, wenn sie jetzt das neoliberale Wirtschaftssystem kritisieren und demaskieren, dass sie sofort zu Linken, zu Kapitalisten gestempelt werden. Ich sage das zum Beispiel auch offen vor den Priestern. Wenn links heißt, sich auf die Seite der Schwachen und zu Kurzgekommenen, der Gesellschaft zu stellen, und wenn links heißt, sich einzusetzen für ein Mehr an Gerechtigkeit in der Welt, dann kann eine christliche Politik eigentlich nur eine linke Politik sein. Denn das ist nicht nur, dass das dann dem entspricht, was der jetzige Papst sagt, sondern das ist hundertprozentig auch verankert in der Botschaft des Evangeliums. Und Jesus war eindeutig parteiisch, die schwachende Gesellschaft, und ist für Gerechtigkeit eingetreten. Wenn er nur das Gutsein gepredigt hätte und nur den Leuten gesagt hätte, sie sollen beten und fromm sein, dann hätten sie ihn damals ganz sicher nicht in einem politischen Prozess umgebracht. Danke. Ganz schön sprachlos. Frieden, Krieg. Wir haben an diesem Wochenende da waren Sie nicht ganz dabei. Konfessione, vielleicht haben es reingehört, viele, viele, viele Themen hier gehabt. Und es geht immer wieder um unser System, das Geld. Ich sehe immer nur Lösungen, vor allem es geht um unsere Jugendlichen, es geht aber auch um unsere Alten genauso. Und ich glaube, wir haben alle eine Verantwortung, jeder für sich. Und diese Verantwortung sollte wir Transparenz in der Gesellschaft finden. Und Sie haben den Punkt angesprochen, von unten aus kann es nur gehen. Also ist nun die Frage, wie wird der Knoten geplatzt, von unten aus wirklich die Aktion zu bekommen. Es gibt in Österreich hier, von Franz Josef aus Graz, der hier auch einen Vortrag gehalten hat. Das kann man ja mal reinäugeln. Es ist eine Lösung, denn dort wird auch gesagt, von unten heraus sollte man anfangen. Die Politik ist in den Systemen des alten Denkens noch gefesselt, so mit meinen Worten. Und ich frage mich manchmal, was bringt eine Wahl, was bringt es, wenn man noch im Alten gefesselt ist und die Objektivität, die Offenheit in der Bevölkerung nicht nach außen getan wird. Sie haben auch die Medien angesprochen. Wir sind ja ein ganz anderes Medium. Wir machen ja interaktives Radio-TV, das heißt nicht nur konsumieren, sondern aktiv mitmachen. Und das ist ja auch eine Eigenverantwortlichkeit, dort nach zu gehen. Und ich glaube, die Gesellschaft, die Menschen im Lande haben es verdient, in Zukunft mit dem Wissen, was wir haben, Erkenntnisse, mehr konfrontiert zu werden, um wieder eine Sicherheit zu bekommen und die Familie zu schützen, die Gesellschaft zu schützen, Menschen zu schützen, die auch den Freitod nehmen zum Beispiel. Das sind alles ganz schwerwiegende Themen, wie oder die Kinder, wie Sie sagten, die verhungern. Wir haben alles in Fülle und das wünsche ich mir ja. Einmal ein paar Worte und dann ist auch gut für mich. Ja, ich möchte vielleicht da sagen, dass schon, damit das Bewusstsein in der Bevölkerung stärker wird, damit sie das Unrecht wirklich begreifen und mutiger werden, dass da die Medien schon eine gewaltige Macht haben. Und leider, die, was wirklich kritisch und ehrlich sind, die Medien, die sind keine Massenmedien. Und ich spreche hier zum Beispiel konkret anstelle von Leo Gabriel, der internationaler Journalist ist, der ehrlich geradlinig ist und in jeder Hinsicht für Gerechtigkeit eintritt. Aber ich weiß zum Beispiel von Leo Gabriel, dass der niemals auftreten könnte, zum Beispiel im Fernsehen, im österreichischen Fernsehen, zum Beispiel in der Sendung im Zentrum. Da lassen sie ihn nicht voran, weil er zu kritisch ist. Dasselbe hat mir auch ein Wirtschaftswissenschaftler und Friedensforscher von Graz, der Karl Kumpfmüller, gesagt. Er hat keine Chance dort aufzutreten, weil er ja zu kritisch ist. Und das tut mir eigentlich sehr weh, dass da bewusst abgeblockt wird, dass ehrliche, redliche Menschen keine Chance haben, in den öffentlichen Medien aufzutreten. Höchstens, es ist einer schon so berühmt und so bekannt, dass sie ihn nicht zurückhalten können. Da denke ich zum Beispiel an den John Ziegler. Den lässt man zum Beispiel auftreten. Aber Leute, die nicht diesen Bekanntheitsgrad haben und dieselbe Linie gehen, die haben keine Chance dort aufzutreten. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich habe vor einigen Jahren eine Art Predigt in erfüllter Zeit, das ist immer am Sonntag und war der Sonntag gerade der 1. Mai. Und da habe ich eine Predigt auch zur Arbeitswelt am 1. Mai gehalten im Radio in Höhe 1. Und bei dieser Predigt habe ich zum Beispiel drinnen gehabt und gesagt, in Bezug auf Arbeitslosigkeit, dass eigentlich das Losungswort vom Glauben her, vom Christsein her ist, teilen. Ich habe gesagt, dass eigentlich es nicht darum geht, nur immer mehr Wirtschaftswachstum zu produzieren, um damit Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, sondern dass Arbeitslosigkeit vorrangig bekämpft werden soll durch das Teilen von Arbeit, dass jene, die eine Arbeit haben, die Arbeit teilen mit jenen, die keine Arbeit haben. Das heißt konkret eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Dass man halt dann nicht mehr vielleicht 35 oder 40 Stunden arbeiten, sondern nur mehr 25 oder 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und ich habe dann dazu gesagt, natürlich müssen dann auch jene, die arbeiten, so entlohnt werden, dass sie und ihre Familien damit auch einständig und gut leben können. Aber das ist möglich. Das Geld ist da. Es müsste halt gerechter verteilt werden. Wir müssen halt den Reichen mehr wegnehmen. Sie werden dann trotzdem noch reich sein. Und das habe ich zum Beispiel, haben Sie mir verboten, das muss ich herausnehmen. Das ist zu politisch. Das darf ich als Priester nicht sagen. Tja, eins und eins und zwar, wir wissen ja, dass arm und reich so groß die Scheide auseinander geht. Wenn man das schon nicht sagen darf. Was macht uns denn arm, die Zinseszins? Arm und reich ist, wir sind nur noch fassungslos. Abhängigkeiten schaffen, das sind doch nur Abhängigkeiten, Macht haben. Macht über die Menschen, Lobbyismus natürlich, Lobbyismus im Sinne von Wirtschaft muss steigen. Banken, Banken, die eine Abhängigkeit machen, die Geld aus dem Nichts schaffen. Das sind einfach Fakten. Ist der Mensch ein intelligentes Wesen? Ich denke schon. Aber er Mensch hat auch noch nicht begriffen, mit Jahrhunderten, Jahrtausenden, vielen Kriegesysteme, Aufbau, Abbau, endlich mal die Kurve zu kratzen. Jetzt haben wir das Internet da. Erstmals in der Geschichte der Menschheit haben wir Kommunikation, Bewusstsein und um den Globus. Das ist ja auch was ganz Neues. Und wenn man dann die Medien so betrachtet, wie sie berichten, einseitig, propagandisch, kann man ruhig sagen, natürlich ist nicht alles schlecht, um Gottes Willen, das will ich gar nicht damit sagen. Aber warum können wir nicht die Medien selber machen, wir zahlen für etwas, wir sind immer nur in der Handlung, nicht der Eigenverantwortlichkeit, sondern die ja oben werden es schon tun, wir geben mir das ja alles ab. Und wenn man in den Schulen hereinschaut, wie wir gedrillt werden. Schulen sind ja auf eine Art und Weise unheimlich wichtig, aber auch da dürfte man nachschauen. Oder eine Komplementärmedizin gegenüber einer Schulmedizin. Schulmedizin ist auch sehr wichtig, aber nicht das ultimative Komplementär, das heute zu erfassen im Jahre 2017. Ich glaube, die Zeit ist mehr als reich. Danke. Ja, ich glaube, die Bildung ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man da nicht nur Wissen hineinstopft in die Schüler, sondern auch ein kritisches Bewusstsein bei den Schülerinnen und Schülern schafft. Und da ist, glaube ich, noch vieles zu tun. Im aktuellen politischen Geschehen ist momentan für mich ein bisschen eine Hoffnung durch die Wahl in England, dass der Korbin von der Labour Party, der eigentlich jene Linie öffentlich sehr stark anspricht, diese Option für die Schwächeren der Gesellschaft und der Einsatz für ein Mehr an Gerechtigkeit, dass der mit dieser Linie bei den jungen Menschen sehr gepunktet hat. Und ich glaube, die Hoffnung kann eigentlich nur in den Jungen liegen, den jüngeren Generationen. Und da müsste in dieser Richtung sehr viel an Bildung geschehen. Ich glaube heute, dass sehr viele junge Menschen sehr dem Konsumdenken verfallen. Sehr vom Konsum, vom Spaß haben, dass das irgendwo für viele einfach das Lebensmotto ist. Und es gibt ja auch Umfragen, was der eigentlich Sinn ihres Lebens oder ihre Lebensziele sind. Und da sagen sehr, sehr viele junge Menschen einfach, dass sie Spaß haben wollen und auch schon eine gewisse berufliche Karriere machen möchten und so weiter. Und da haben wir im Bildungsbereich eine ganz wesentliche Aufgabe. Rössere Frage? Wir haben noch ein zweites Mikrofon. Herr Kofferl, bitte. Herzlichen Dank. Ich habe mir den Vortrag jetzt dran gehört und ich muss mich einmal betaufen bei Ihnen, dass Sie einfach das offene Worte wählen, weil ich mir denke, gerade in Ihrer Position auch, und aus den Erfahrungen auch und in diesem System auch, in dem Sie selbst tätig sind, aber auch als Priester, ist es aber natürlich bis zu einem gewissen Grad nicht leicht, auch sein Herz offen zu halten. Und das, was ich bei Ihnen mitbekommen habe, ist einfach eine sehr ehrliche Rede, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Und um zu einer Frage zu kommen oder beziehungsweise um vielleicht zu der Frage zu gelangen, wie gesagt, ich beschäftige mich einfach sehr intensiv auch mit diesen Problematiken, weil ich in vielen Punkten mit Ihnen übereinstimme, in Bezug nämlich eben auch, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, in Bezug auf die Konsumwirtschaft und die natürlich durch dieses wirtschaftliche System natürlich auch noch angetrieben wird, die geprägt wird in den Jugendlichen und in den Menschen, die einfach aufwachsen bei uns. Also, dass einfach, was ich sehe, und das ist natürlich das, wenn Sie sind Priester, und was ich einfach sehe, ist einfach das, wo ich sage, wir sind nicht wirklich in einer Wirtschaftskrise, ich glaube eher so die Menschen, und gerade einfach so dieses Christentum, oder gerade einfach da diese westliche Welt befindet sich einfach in einer spirituellen Krise. Und, ich meine, es ist für mich auch im Zusammenhang mit dem, dass eben der jetzige Papst ein Jesuit ist, das ist ja auch nicht so ungefähr. Ich meine, die Jesuiten, werden sich wahrscheinlich bestätigen, ist ja eigentlich im Prinzip der militärische Orden der Kirche. Das heißt, sie haben ja im Prinzip zur Funktion, den Papst, also eigentlich den Stuhl, den heiligen Stuhl zu schützen. Also es ist für mich, zumindest aus meiner Perspektive, also dem Wissen, das ich habe, eigentlich für einen Jesuiten nicht erlaubt, den heiligen Stuhl zu betreten. Wenn das so ist, dann nur aus einer Schutzfunktion heraus. Und da erkenne ich natürlich, dass innerhalb der christlichen Wertegemeinschaft des christlichen Glaubens da eine sehr starke Umwälzung momentan stattfindet. Natürlich auch sehr viele Angriffe von außen und natürlich sehr viele alte Strukturen sich jetzt momentan in der Auflösung befinden und das sich natürlich in den verschiedensten Bereichen dann widerspiegelt. In den wirtschaftlichen Problemen, in der Bildung, in diesem ganzen Konsum, dass die Menschen einfach nicht mehr wissen, an was sie glauben sollen. Dass sie versuchen, ihnen irgendwie irgendwie etwas, an etwas glauben zu können, aber nicht wissen, an was sie sich halten sollen. Und das ist einfach das, was ich erkenne. Und da glaube ich einfach, ist die Frage, dass man vielleicht einfach, wo ich mich einfach persönlich frage, und vor allem das ist, ich bin auch sehr bewandert, und ich interessiere mich auch immer sehr in die tiefchristigere Geschichten. Man möchte zum Beispiel den Gnostizismus zum Beispiel nehmen, oder das Rosenkreuzerzum zum Beispiel. Wo das einfach wirklich in Richtungen reingeht, wo ich sage, dass da hat das mit dem persönlichen Wachstum zu tun, in Bezug nämlich auf das wahre Selbst, wo wir wirklich herkommen, und in Bezug auf diese göttliche Einheit und was für den göttlichen Willen, und wie wir das Ganze miteinander vereinen können. Und dass da einfach natürlich sicherlich die Kirche auch eine Rolle spielt, in Bezug auf das, dass eben alte Strukturen, dieses Geheimhalten des Wissens, und das werden Sie sicher auch bestätigen, aber der Vatikan ist halt dafür bekannt, dass er mit dem Wissen nicht sehr offenherzig umgeht, zumindest momentan, wie ich das einfach so sehe, ist es einfach noch, dass das sehr alles noch auch elitär ist, das auch, was Sie angesprochen haben. Also das heißt, diese elitären Kreise, dieses auch zu differenzieren zwischen Pöbeln und zwischen Privilegierten, zwischen Eingeweihten und Uneingeweihten, dass das durchaus eine Problematik eben des Glaubenssystems eigentlich ist, und das glaube ich, und ich denke, wenn ich diese Auswirkungen, die sich im Wirtschaftssystem widerspiegeln, dadurch, dass ich einfach Menschen habe, die natürlich nur mehr dann aus dem Ego und nur mehr dann aus ihrem eigenen, sich selbst zusammengestöpselten Glaubenssystem das Beste daraus machen, und nur mehr auf sich selbst schauen, dass es natürlich dann die Verantwortung einer christlichen Kirche wäre, sich diese Punkte einfach von innen heraus anzuschauen, die von innen heraus zu lösen, um diese spirituelle Krise letztendlich dann zu beenden, und den Menschen neue Hoffnung im Sinne von, an was kann ich wieder glauben, was es wert ist zu schaffen. Ich möchte dazu sagen, ich gebe Ihnen völlig recht, und weil Sie Papst Franziskus angesprochen haben, das stimmt zum Beispiel, dass die Jesuiten normal keine höheren Stellen annehmen. Ich meine, es gibt kaum Jesuiten, die Bischöfe sind. Wie er in Argentinien jetzt Bischof geworden ist, und warum er als Jesuit das geworden ist, das weiß ich nicht genau. Aber es ist relativ eine Seltenheit, und ich möchte da, was den Papst anbelangt, habe ich eine Radiosendung nach der Papstwahl einmal gehört, und da ist der Kardinal Schönborn befragt worden. Und da hat der Schönborn gesagt, die wichtigste Phase vor der Papstwahl war für ihn die zehn Tage, wo die Kardinäle ungezwungen beisammen waren, bevor die Papstwahl begonnen hat. Und er hat gesagt, da haben wir in einer Offenheit über alle Probleme und auch über sehr viele negative Situationen in der Kirche gesprochen, die verändert werden müssen. Und da hat er gesagt, in dieser Sendung, und da hat sich der Bergoglio, das ist der jetzige Papst, sehr intensiv eingebracht und hat gesagt, die Kirche muss von Grund auf erneuert werden. Und Kardinal Schönborn hat da gesagt, wenn es diese zehn Tage vor der Papstwahl nicht gegeben hätte, wäre Franziskus niemals Papst geworden. Und ich glaube, dass in ihm sichtbar wird die sogenannte Befreiungstheologie. Und ich möchte das vielleicht zur üblichen Theologie gegenüberstellen, was Befreiungstheologie für die Kirche heißt. Die übliche Theologie, auch wie es ich noch studiert habe, da ist zwei Jahre ungefähr Philosophie. Und dann ist sehr stark die Dogmatik, die Dogmenlehre und das alles, schon auch Evangelium, altes, neues Testament. Aber man geht aus, einfach von der Philosophie, von, ich sage auch schon, von der Bibel, von den Glaubenssätzen, von den Dogmen. Und die Befreiungstheologie geht nicht davon aus, sondern die geht vom Leben aus. Der Ansatz der Befreiungstheologie ist das konkrete Leben. Und das konkrete Leben, die Wirklichkeit des Lebens, wird im Licht des Evangeliums angeschaut und gedeutet. Noch sehen, Urteilen handeln. Und das führt natürlich auch in großen Ungerechtigkeitssituationen, wie es auch in Südamerika ist und in Argentinien, wird das natürlich hochpolitisch auch. Und darum haben es auch viele, wie jetzt Bischof Romero in El Salvador, haben es umgebracht, weil er die Ungerechtigkeiten offen angeprangert und angesprochen hat. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, dass jetzt der frühere Papst Johannes Paul II. hat die Befreiungstheologie verhindert und bekämpft. Und zwar, weil er sofort, das ist kommunistisch, und er kommt aus einem kommunistischen Land, er hat eine ganz große Kommunismuskopie gehabt. Und darum haben es auch viele, die die Befreiungstheologie, haben es diese Bischöfe wieder abgesetzt und durch andere eingesetzt, die an einen anderen Kurs gefahren sind. Und der jetzige Papst ist ganz in seinem theologischen Denken und seinem Handeln gleichsam infiziert von der sogenannten Befreiungstheologie. Und ich möchte vielleicht dazu noch sagen, weil man oft das Christentum auch falsch versteht, der jetzige, das ist klar ausgesprochener Befreiungstheologe, Walter Kasper, der war ein ausgezeichneter Theologe in Deutschland und ist jetzt Kurienkardinal, jetzt ist er in Pension gegangen, Kurienkardinal für die Einheit der Christen in Rom. Und der hat vor Jahrzehnten schon ein Buch geschrieben, das heißt Jesus der Christus, und in diesem Buch sagt er folgendes. Er sagt, wenn irgendein Mensch, der eigentlich vom Christsein, von der Bibel überhaupt keine Ahnung hat, wenn der daran geht, das Neue Testament durchzuforschen und durchzuforschen, um was es diesem Jesus von Nazareth letztlich gegangen ist, was sein Ziel und seine Sache an sich war, er nennt es das Summarium der Botschaft Jesu. Und da sagt er, dann ist es über alle Zweifel erhaben, dass es diesem Jesus ausschließlich gegangen ist, um das Werden des Reiches Gottes in unserer Welt, und er sagt da gleich dazu, was Jesus und der Reich Gottes in unserer Welt verstanden hat. Er sagt, im Verständnis von Jesus müssen wir Reich Gottes immer deuten, auf dem Hintergrund der großen Menschheitsfragen, noch mehr Gerechtigkeit, noch Freiheit, noch Solidarität, noch einem menschenwürdigen Leben für alle Menschen unserer Erde. Das ist das eigentliche und ausschließliche Ziel. Und er sagt, und die Kirche hat auch da viele Fehler begangen, dass er sie oft selbst zum Ziel gemacht hat. Die Kirche ist nur ein Instrumentarium, das diesen Durchbruch des Reiches Gottes zum Durchbruch verhelfen soll. Und er darfst sie nicht selbst zum Ziel machen. Ja, also Wangel, so sehe ich das natürlich auch. Und das ist natürlich, weil es ist ja nicht nur ein Werkzeug. Und das ist jetzt, was Sie ihm gesagt haben, im Prinzip dieses Dogma von Freiheit, von Gerechtigkeit und diese anderen Dogmen, diese Dogmalehre, die Sie ihm nach die Philosophie gestellt haben, die Sie haben vorher Platto zitiert, nach dem Schüler von Sokrates, der dann letztendlich der Schüler von Hermes Trismegistus gewesen ist, wo ich sage, ich meine, diese hermetische Grundlehre, die ist ja auch, sage ich mal, in der gnostischen Theosophie ist ja die Vereinkheit. Das ist ja eine tief christliche, verwurzelte Lehre, die sich ja durch das ganze Christenum eigentlich durchexerziert. Der Punkt ist nur da, irgendwo, wo fängt es eben an, dass sich diese philosophische Lehre, und da sprechen Sie eben die Dogmen an, und da sehe ich nämlich genau den Ansatz für die Veränderung in der Kirche, dass nämlich nicht die Philosophie verändert gehört, zwischen dem, was ist das Reich Gottes und was kann man sich darunter vorstellen? Weil man kann das Reich Gottes erreichen und erkennen, wenn man diese gnostischen Texte, diese urchristlichen Texte lest, definitiv. Ich habe das selber studiert, ich weiß es, ich habe es dadurch erkannt und viele andere. Das heißt, dort ist nicht der Fehler. Das heißt, wo liegt der Fehler? Und der Fehler, wie Sie sagen, auch der Befreier der Dogmen liegt meiner Meinung nach in den Dogmen. Denn was ist ein Dogmen anderes als eine mentale oder eine geistige Definition eines Gedankens, einer Interpretation der Philosophie, der christlichen Philosophie, der Philosophie des Jesus, des Reiches Gottes. Und das ist für mich einfach etwas, wo ich einfach den Ansatz sehe, auch in der christlichen Kirche, weil viele sagen, ich meine, ich sage jetzt mal, so diese Schwarze wie Crowley und andere Dange, die sagen, er hat immer kommt, diese christliche Kirche, die ist dem Untergang geweiht, wo er ja grundsätzlich nicht Unrecht hat, ja, weil diese festgeflagene Strukturen, diese Dogmen, offensichtlich die Kirche Probleme hat, diese aufzubrechen und einfach wirklich neues Licht hineinzustrahlen, weil wir eben diese festgeflagene Strukturen sind. Aber das ist aus meiner Sicht einfach die Lösung, um den Menschen natürlich diese alte Lehre in zeitgemäßen neuen Dogmen, also die Dogmen neu zu definieren. Und ich glaube, da liegt der Ansatz, weil natürlich jeder sieht das aus seiner Perspektive, was falsch läuft in der Welt. Der Papst nennt das auch, ob es die Wirtschaft ist, ob es einfach dieses Falsche ist, dieses Gegeneinander, und immer dieses Miteinander, dieses, dass einem die Welt egal ist, das nur mehr das eigene Ich, dieser Egoismus, der einfach immer mehr wird, dieser Narzissismus, der immer mehr wird und immer mehr wird bei den Leuten, der die Leute auch spaltet. Und das ist einfach das, wo ich einfach erkenne oder glaube einfach, dass vielleicht die Diskussion oder die Neudefinition der Dogmen innerhalb der Kirche natürlich eine Veränderung den Menschen dann auch bewirken könnte, wenn man sie im Herzen wieder näher zusammenführt, nämlich näher zu der Lehre Jesu, wie es eigentlich gemeint gewesen war, wie sie einfach zum Schluss gesagt haben, was er wirklich explizit gemeint hat, nämlich die Lehre des Herzens, das wie bringe ich mein inneres Selbst in die Welt so hin, dass ich eine Verbindung herstelle zwischen der Welt und zwischen Gott und zwischen der Existenz und das auch spüre und nicht nur dogmatisch, intellektuell in meinem Geist irgendwie verstehen kann, sondern spüre. Und da liegt, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, dass die Kirche immer auch in Gefahr ist, pharisäisch zu werden oder in einer dogmatischen und Gesetzeskirche zu erstarren. Und Jesus hat ja gerade, aber die Pharisäer diesen Pharisäismus, diese sture Gesetzesfrömmigkeit sehr bekämpft, wo zum Beispiel am Schabbat bis hin zur Blödsinnigkeit diese Regeln einhalten müssen. Und wo er gesagt hat, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Das Gesetz hat, dem Menschen zu dienen und nicht der Mensch dem Gesetz. Und wenn ein Gesetz unmenschlich ist und nicht Ausdruck der Liebe ist, dann hat es seine Gültigkeit verloren. Gesetze gehören, sollen den Menschen dienen und nicht den Menschen versklaven. Und es gibt schon auch einen großen Aufbruch, hat nicht nur der jetzige Papst gebracht, sondern schon das Zweite Vatikanische Konzil auch. Aber da ist halt viel auch zurückgerudert worden. Wieder. Man hat, ein Theologe und Psychotherapeut hat einmal in einem Vortrag gesagt, das Fatale des Zweiten Vatikanischen Konzils war, er sagt, dieses Konzil hat einen großartigen geistigen Aufbruch gebracht. Aber das Fatale dabei war, dass an den verknöcherten Vatikanischen Strukturen nichts geändert wurde. Und er sagt, nach den Gesetzen der Psychotherapie kann man sagen, dass eigentlich eine neue Geistigkeit, wenn die Strukturen nicht verändert werden, dann in diesen Strukturen wieder erstickt. In der Bibel heißt es, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und man hat diesen neuen Wein, diese neue Geistlichkeit in die alten Schläuche. Und das zerreißt dann die Schläuche. Und ein bisschen befindet man uns in dieser Situation heute in der Kirche. Obwohl ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, dass nicht erst durch diesen Papst, zum Beispiel die Sozialentzüglichen, der letzten Päpste, die haben sehr mutige Aussagen drinnen. Ich zitiere da zum Beispiel immer wieder, das kommt bei drei Päpsten in ihren Sozialentzüglichen, diese Aussage, Arbeit muss immer Vorrang haben vor dem Kapital, weil die Arbeit immer mit dem Menschen selbst etwas zu tun hat, während das Kapital nur instrumentalen Charakter hat. Und wenn man das in der Konsequenz weiterführen würde, dann hieße, dass die eigentlichen Bestimmenden in der Arbeitswelt die Arbeitervertreter sein sollten und nicht die Kapitaleigentümer. Dass es zum Beispiel in den Aufsichtsräten, in den Vorständen nicht nur eine paritätische Mitbestimmung der Arbeiter, sondern eine Überparität der Arbeiter über den Kapitaleigentümern gibt. Und das würde natürlich auch den Kapitalismus schon sehr zerlegen. Und praktisch, das wäre schon ein in die Speichengreifen des kapitalistischen Wirtschaftssystems, wenn man sowas gelingen würde. Aber das ist klare Lehre der Kirche, der katholischen Soziallehre zum Beispiel, das Arbeit hat Vorrang vor dem Kapital. Danke dir, Raphael, auch. Danke für die Ausführung. Ich glaube, wir haben jetzt ein vieles Info gehört. Wir machen jetzt eine Pause hier auf Moki Talk, eine Musikpause, zwei, drei Songs. Und jetzt kommst du erst mal an und trinkst du was, Herr Siedler, würde ich sagen. Herr Siedler. So, dankeschön, Franz Siedler. Irgendwie sind wir uns gleich nochmal ganz kurz auf der Bühne, okay? So, machen wir kurz Musik, lieber Alexander, und dann gehen wir nochmal aufs Podium. Bis später. Tschüss. Das erste Moki Talk Medium Festival von Klaus Glatzen. Veranstaltet in Rudolf Bämmer's Oldtimerfeind und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Veranstaltet in Rudolf Bämmer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020